Ich heiße Wilhelm Schniedering. Ich bin am 9.12.1922 hier im Barkhausen-Kreis Melle geboren, wo die SS-Ärzte kamen und suchten die Leute raus, die über 1,80 Meter groß waren. Da war ich natürlich der Erste mit. Oh, bloß nicht zur SS, Waffen-SS. Haben Sie eine Operation? Ja, Knie-Gelenk-Operation. Ist der Meniskus entfernt? Ich sage, ich glaube, halb weggeschnitten wurde. SS-Untauglich. Ich denke, Gott sei Dank. Ja, so war das damals. Wenn man mit einigermaßen heiler Haut da rausgekommen ist, muss man zufrieden sein. - - Vielen Dank.